Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test die Condor Feuerwerksbatterie von Jörge. Ja, das Teil hat 20 mm Kaliber, 24 Schuss. Ja, steht hier noch irgendwas über die Effekthöhe? Ich schaue gerade. Das sehe ich aber soweit nicht. Dann kommen wir gleich zur NEM. Die NEM dieser Batterie liegt bei 192 Gramm. Ja, leider hier oben schon etwas eingerissen. Hier, wie Sie sehen, das Kaliber. Ich wünsche euch viel Spaß und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob die jetzt halt gut abgehen wird. Viel Spaß mit der Condor von Jörge. Vielen Dank. Jörge. 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 Jörge.